Wie funktioniert 5G? Mit 5G-Mobilfunk können wir ab sofort noch schneller im Internet surfen. Aber welche Technik macht das möglich? Egal ob 2G, 4G oder 5G. Unsere Endgeräte kommunizieren mit Mobilfunkantennen über hochfrequente elektromagnetische Felder. Diese breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit als Wellen im Raum aus und übertragen so Daten. 5G nutzt zum Teil höhere Frequenzen als ältere Mobilfunkgenerationen. Die Funkwellen sind hier kürzer, doch die Funkkanäle breiter. So können die Wellen mehr Daten innerhalb einer Sekunde transportieren. Für 5G entsteht auch ein leistungsstarkes Netz mit neuen Antennen. Sie versorgen mehr Geräte in einer Funkzelle und sorgen für Reaktionen in Millisekunden. 5G ist somit schneller als die älteren 4G-Netze. Mehr Infos zum Mobilfunkausbau gibt es bei Deutschland spricht über 5G.